Das hat sich jetzt nach einem abschließenden Dings angehört. Mautzi. Ähm, nee. Ich glaube, Mautzi ist anfällig für Blut. Blut. Bluthamat. Oh, jetzt macht er mit Raserei weiter. Zahltag. Es liegen überall Münzen verstreut. Oh, Christoph. Ist es mal... Es liegen überall Münzen verstreut. Och, Christoph. Hört das eigentlich überhaupt auf? Christoph erreicht Level 28. Wettan. Nö. Kann Christoph mal weiter mit seinem Kack-Raserei angreifen, ey. Ui. Oh, Vergiftung. Vergiftung in coming. So ein Hohlkopf. Wir sammeln 100... Nee, Poké-Dollar sind das. Team Rocket so schnell wie das nicht. Gib lieber auf und bekämpfe uns nicht. Mir aus genau. Okay. Was ist das hier? Das ist auffällig. Eisen. Möchte ich das haben? Könnt ihr mir beantworten, ob ich das haben möchte? Oder tut das nur... Für einen Zeitraum was... Machen. Guten Tag. Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Team Rocket finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss. Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden. Wicht. Okay. Und drei Pokémons hat der. Ein Onyx. Ah. War das gut? Ich hab's auf jeden Fall mit Feuermahl bekämpft. Nicht effektiv. Aber Onyx brennt. Ein Stein brennt. Megablock. Okay. Ähm. Shen war gut. Halt. 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 Das war's dann auch mit Shen. Halt den Alex. Gut. Naa. Naa. Äh. Horn-Attacke war, glaube ich, besser. Wow. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Fassungslos, wie viel das gerade abgezogen hat. Was? Das ist doch nicht effektiv. Los. Okay. Oder war das wegen Megablock, dass das so wenig abgezogen hat? Das kann natürlich sein. Ein Rihorn. Boah. Wie sieht das denn aus? Ich glaube, wie so ein Einhorn, ne? Das sieht auf jeden Fall sehr episch aus. Ich meine, das wird in Gold auch aus... Also... Auch in Gold anders aussehen. Volltreffer. Die Attacke ist sehr effektiv. Und ein Auto fährt an meinem Zimmer vorbei. Das Bierchen ist auch leer. Nach einer Stunde. War auch nicht mehr so geil, der letzte Schluck. Christoph. Alex reicht Level 27. Snobili-Cut. Ist das die Weiterentwicklung von... Mautzi? Oder es hat mit Mautzi gar nichts zu tun, aber es ist halt auch eine Katze. Die sehr... majestätisch aussieht. Es ist... Das sieht sehr nach Mautzi aus. Ich habe da aber irgendwas anderes im Kopf gehabt. Ja, Kreideschreie macht nun mal. Ich soll nun mal Horn-Attacke ausprobieren. Weil das ist ja eigentlich geiler als Doppelkick. Mein Handy blinkt hier rum, sehe ich gerade. Was ist da los? Also ich greife hier gerade noch an und gucke währenddessen, was da los ist. Äh, nichts Besonderes. Was? Oh, Mano, warum wurdest du denn besiegt, der Alex? Äh... Katze, 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 Katze. Dennis. Wenn man ruckzuck gibt, dann ist das Ding eh hebenüber. Zack. So, was könnte er denn jetzt noch haben? Achso, der ist schon tot. Nein, ich habe kläglich versagt. 2800. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von dannen ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Oh, ein Item. Gucken, ob ich hier irgendwas verballern kann. Äh... Kapi Plus, zum Beispiel. Ähm... Wer denn hier? Sieben... Ja, Dave, komm. Sivscope! Gut, dass ich dafür nicht nochmal hier runtergehen muss. Aber... Was ist das denn jetzt hier für ein Fahrstuhl? Wo komme ich denn hier raus? Ah... Ah, da will doch jemand mit dem Kämpfen. Okay. Slimer. Habe ich hier schon mal Glut probiert? Ey, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, ne? Oh! 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 Und ich muss noch mal... Ne, ich will nicht wechseln. Ähm... Ich fahre jetzt gleich nochmal in den zweiten... Zweites Abteil. Und guck mal... Ne, zweite müsste eigentlich da sein, wo ich eingestiegen bin, das erste Mal. Ne, das war der dritte. Ich muss mal gucken, wo ich im zweiten rauskomme jetzt gleich. Ah! Ich bin schon müde. Oh nein! Ich habe schon wieder Raserei genommen. Aber ich bin so... Ich bin gleich so froh, dass ich hier in meinem Bettchen liegen kann. Mit... Vier Decken. Ja, ich liege mit vier Decken im Bett. Das ist das zweite von dem, ne? Wenn, das wäre das zweite von dem. Ne, doch. Oder hatte der nur zwei? Ach, ich weiß nicht. Was ist passiert? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will Unreal Tournament spielen! Ah, okay. Gut. Dann fahren wir jetzt wieder in den ersten. Und verlassen dieses Gebäude. Willkommen in der Rocket-Spielhalle. Möchtest du Spielmünzen kaufen? Nein. 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 Kommt vorbei, wenn du spielen möchtest. Yo. Okay. Dann haben wir hier fertig. Dann könnte ich mal gerade hier oben... Ne, was was ist mit dir hier? Du hast eben angepisst. Halte dich aus Team Rockets Angelegenheit. R-Rals! R-Rals! Okay. Mö, Pokémon-Zenton! Eilen, bitte! Häh? Ist gut. Komm jederzeit wieder vorbei! Gut. Dann haben wir jetzt hier an den... All... Häh? Alle! Häh! Alles erledigt. Und... Hier ist es, glaube ich. Hier ist ein Typ, der was zu trinken haben will. Ne. Hä? Wo war denn hin? Was ist das für ein Haus? Nicht dadurch. Was ist das für ein... Für... Ich bin Französisch. Kann ich hier durch? Wieso? Häh? Oh. Guck mal. Ich bin... Verlust nahe. Was? Das Getränk ist für mich? Vielen Dank. Gluck, gluck. Oh, rülps. Entschuldigung. Wenn du nach Saffronia City möchtest, darfst du passieren. Ich werde den anderen Wachen etwas abgeben. Oh, geil! Mann. Jetzt habe ich extra, was weiß ich, wie viele Dinger gekauft. Moment. Hier war ich noch nicht, ne? Ich kann mich nicht an so ein gelbes Pipi... Dings... Erinnern. Okay. Zurück, zurück, zurück. Was ist das hier? Lavandia, ne? Prismania City und Lavandia. Genau. Jetzt gehen wir nämlich nach Lavandia zurück. So. Und dann machen wir da erstmal den Turm fertig. Und ich guck mal, ob ich in dem... Ähm... In dem Markt. Ob ich da was finde. Ich weiß gar nicht, ob ich den da alle besiegt habe. Was ist das hier überhaupt? Nix. Okay. Schade. Ich habe schon wieder gedacht, ich hätte irgendwas gefunden. Ähm... Center. Wo ist denn der Markt? Hier. Da. Lass sie die beiden Gebäude nicht einfach immer nebeneinander bauen, ne? So. Hast du... Leberfluchtseil... Gegengift... Parallel, Eishalle, Parallel... Nö, hat er nicht. Irgendwie, äh... Was weiß ich, womit man sich irgendwie... Komische Pokémon fernhalten kann. Bah. Willst du die Musik schon wieder hören, ne? Splack. Ich kenne sogar noch ungefähr den Weg. Ist ja unfassbar. So, sehe ich die jetzt direkt? Ein Nebulak. Guck dir das mal an. Möchte ich das fangen? Natürlich möchte ich das fangen. Ähm... Achso, genau. Ah, ich vergesse das jedes Mal. Es ist andersrum. Nö, paralysiert. Nö, Item. Ich mache einfach mal Superball da drauf und dann hoffe ich mal, dass das funktioniert einfach so. Los, Pokéball! Na, ne. Fast hätte ich's geklappt. Nachtnebel. Nachtnebel. Okay. Bir Mal. Der High Armor.